Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wargaming hat die Infos, die News, die Updates zur kommenden Battle Pass Saison veröffentlicht. Die Saison 10 läuft vom 1. März bis zum 31. Mai. Ich gehe davon aus, dass es wieder drei Seasons geben wird. Darauf beruhen dann auch meine weiteren Infos hier im Video. Was wollen wir hier heute machen? Wir wollen uns erstmal gemeinsam das Ankündigungsvideo von Wargaming anschauen, um uns einen gewissen Überblick über den Battle Pass der Saison 10 zu verschaffen. Es gibt ein paar kleine Änderungen, die aber ganz wichtig sind. Wir werden uns die zwei neuen Belohnungsfahrzeuge anschauen, was die für vorläufige Werte hatten, als sie in den Supertest gegangen sind, was uns da ungefähr erwartet, was das für Fahrzeuge sind und für wen die sich vielleicht lohnen. Und im dritten Teil werden wir eine kleine Rechnung zu den Marken aufmachen, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, es wird sich da ein bisschen was ändern. Auch die Preise für die Fahrzeuge, also vor allen Dingen auch für die neuen Fahrzeuge, ändern sich. Aber auch die Anzahl der Marken, die man sich über die Saison bzw. über das Jahr hinweg im normalen und im erweiterten Pass erspielen kann, ändern sich ein bisschen. Und das werden wir uns im dritten Teil in einer kleinen Rechnung anschauen, wie sich das ändert und was das eventuell auch für Auswirkungen für euch hat, fürs Spielen des Battle Pass. Starten wir, wie angekündigt, ins Video von Wargaming. Wargaming. Saison 10 des Battle Pass. Die erste Saison 2023 beginnt Ende Februar. In drei Kapiteln erwarten euch diese Panzerkommandanten. Sandro Mancini, ein Veteran mit viel Glück, der zu allem bereit ist, in seinem Reno Ceronte mit dem progressiven Stil Nix. Ein Polyglott, der acht Sprachen beherrscht, namens Emil Kittel, mit seiner Maus im Stil Wüstenschiff. Rebecca Holmberg, die beste Agentin für verdeckte Operationen, kommandiert ihren UDES 1516 mit dem Stil Svadilfari. Diese Kommand... Die Stile sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Finde ich ein bisschen schade, aber ist halt ein bisschen Wüstenstil so. ...standen sind sehr unterschiedlich, haben aber ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Geschichte, die ihr während der Saison miterleben werdet. Dazu sind alle drei bereit, euch durch endlose Sandwüsten zu Belohnungen zu führen. Die meisten Belohnungen sind euch vertraut. Es gibt aber auch neue, wie etwa die erbeutete Härtung. Erbeutete Härtung, ja. Warum auch nicht? Den Turbo gibt's ja nun schon. Jetzt sind wir bei der Härtung angekommen. Diese hilft euch beim Überleben, sowohl unter der brennenden Sonne als auch im heißen Gefecht. Im Abschnitt Gegenstände für Punkte des Nachschubs findet ihr Besatzungsmitglieder und progressive Stile von Battle Pass Saison 7 und 9. Und vergesst nicht den Abschnitt Gegenstände für Marken im Nachschub. Hier sehen wir schon die neuen Fahrzeuge, 2 Tier 9 Fahrzeuge, BZ58-2 und Kampfpanzer 3 Projekt 07HK. Die beiden waren schon im Supertest. Wir werfen gleich noch einen Blick drauf. Wir sehen aber auch hier, wie sich entsprechend die Preise erhöht haben. Die Preise von den neuen Fahrzeugen aus dem letzten Jahr, also für die Cobra und für die Lorraine 50T, die sind gleich geblieben. Also 24 Marken für die Cobra, beziehungsweise 18 Marken für die Lorraine. Die zwei neuen Fahrzeuge in diesem Jahr, ihr seht es schon, kosten mehr. Der BZ ist jetzt bei den 24 Marken, was die Cobra gekostet hat. Es ist also der günstigere von den beiden. Und der Kampfpanzer kommt mal eben mit einem Kostenpunkt von 27 Marken daher. Aber keine Panik, es wird auch Möglichkeiten geben, dieses Jahr mehr Marken zu erhalten als im letzten Jahr. Wie gesagt, ich gehe gleich noch drauf ein. An erster Stelle stehen natürlich die Stufe 9 Fahrzeuge. Hier gibt es Neuzugänge. Der robuste und zuversichtliche BZ58-2 mit einem mächtigen Geschütz und verlässlicher Panzerung. Der Kampfpanzer 3 Projekt 07 mit zwei Feuermodi. Er ist bedrohlich und effektiv, egal in welchem Modus. Und noch eine neue wichtige Eigenart, die zur Mitte der Saison erscheinen wird. Sammlungen werden alle gesammelten Anpassungselemente aller Saisons enthalten. Dies fängt mit Saison 10 an. Ihr könnt bis zu drei zusätzliche Marken durchs Sammeln dieser Elemente bekommen. Ihr erhaltet auch ein Belohnungsdekor und geheimes Material, welches die Details der Geschichte der drei Kommandanten enthüllt. Ihr habt es gehört. Bis zu drei zusätzliche Marken, die man da über diese Sammlungen bekommen kann. Wargaming hat im Artikel dazu auch einen kleinen Abschnitt geschrieben. Den werden wir uns gleich noch anschauen. Tiefere Informationen, wie das genau funktioniert, gibt es aber bis jetzt noch nicht. Sie sagen ja selber, zur Mitte der Saison gibt es da mehr Infos. Warum sie das nicht gleich zum Start bringen, ist mir ehrlich gesagt unklar. Zumal sie ja auch anscheinend über diese Sammlungen die Geschichte der Kommandanten ein bisschen mehr erzählen wollen, die Hintergründe geben wollen. Und da wäre es schon irgendwie cool, wenn das auch schon zum Start irgendwie bereitstehen würde, damit man sich einfach so ein bisschen mehr committen kann zu dieser Geschichte oder zu den Kommandanten oder zu den Fahrzeugen oder zu den 3D-Stilen, wie auch immer. Weitere Einzelheiten zu den Sammlungen kommen später. Für den Moment bleibt dran, sammelt Belohnungen, entdeckt die Geheimnisse der Wüste und kämpft mit Stil. Ja, die sehen schon schick aus und die Inszenierung, die sie hier haben, die ist schon ganz nice. Ähm, ein bisschen leiser machen hier. Hier gehen sie jetzt nochmal auf die Sammlung ein. Ich vermute mal, es wird zu jedem, also was heißt vermutet, so steht es im Artikel auch, es wird zu jedem dieser Abschnitte des Battle Pass, also zu diesen 3 Fahrzeugen, zu diesen 3 Kommandanten jeweils eine Sammlung geben. Ähm, die man halt dann irgendwie voll machen kann und darüber dann diese zusätzlichen Marken erhält. Ich gehe davon aus, pro Sammlung wird es eine Marke geben, deswegen bis zu 3 zusätzliche Marken, die man hier bekommen kann. Hier haben wir den Abschnitt zu dem Thema der Sammlungen. Das ist relativ einfach eigentlich, wie es funktioniert. Einfach vorgelesen, der Text, damit ihr die Geschichte von Saison 10 besser nachvollziehen könnt, haben wir beschlossen, bestimmte Belohnungen, sowohl Standard als auch verbesserte Belohnungen, zu einer Sammlung zusammenzufassen. Wobei jedes Element mehr über die Handlung und unseren Helden verrät. Sammlungen sind künftig ein fester Bestandteil des Battle Pass. Die Sammlungselemente von Saison 10 sind progressive und 2D-Szile sowie Dekore, eine Medaille und Besatzungsmittel, die ihr gewohnt als Fortschrittsbelohnungen des Battle Pass erhaltet. Also soweit klar, man spielt den Battle Pass oder man geht im Battle Pass voran, bekommt da Belohnungen und gewisse Belohnungen sind halt zu dieser Sammlung zusammengefasst. Das ist erstmal an und für sich ganz cool. Das Ding ist, es hat ein gewisses Geschmäckle, denn es geht nämlich noch weiter. Wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Elementen gesammelt habt, erhaltet ihr zusätzliche Marken, insgesamt bis zu 3. So, ich gehe davon aus, dass es pro vollständiger Sammlung eine Marke gibt. Es gibt 3 Kommandanten, 3 Abschnitte, logisch, ne? Soweit klar. Das Ding ist, erstens wird nicht verraten, wie viele Elemente man sammeln muss und wie groß eine Sammlung ist. Darauf gehen sie hoffentlich später noch ein, was sie ja auch im Video gesagt haben. Und diese Sammlungen umfassen Standard als auch verbesserte Belohnungen. Wenn man also die Belohnungsmarken aus diesen Sammlungen bekommen will, ist man im Grunde gezwungen, den erweiterten Battle Pass zu kaufen. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn man sich mal auf die Bilder beruft, die sie hier abgebildet haben und ich das mal als Grundlage nehme, dass das die Elemente sind, die man sammeln muss, damit man die Sammlung voll machen kann, dann ist es insofern ziemlich arschig, weil wir hier nämlich unter anderem von den Kommandanten sprechen oder auch von den progressiven Stilen der Stufe 4. Und den Kommandant und den Stil auf Stufe 4 bekommt man immer nur, wenn man den Abschnitt voll macht. Es kann also sein, es ist nicht sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man nicht nur den Battle Pass, den erweiterten Pass kaufen muss, um überhaupt die Chance zu haben, die Sammlung voll zu machen, sondern, dass man die Abschnitte mindestens sehr, sehr weit spielen muss, wenn nicht sogar die jeweiligen Abschnitte vollständig abschließen muss, um die Sammlung voll zu machen, um dann die Belohnungsmarke zu bekommen. Das heißt, um diese drei zusätzlichen Marken zu bekommen, muss man alle drei Abschnitte den erweiterten Pass kaufen und ihn, ich betone das extra, höchstwahrscheinlich, wir wissen es aktuell nicht genau, aber höchstwahrscheinlich auch komplett abschließen. Da wird man jetzt denken, naja gut, scheiß auf die drei Marken und da kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt, die Kosten für die Panzer. Hier liegt nämlich der Hase im Pfeffer, der Hase im Vanille-Eis oder wie ihr es auch immer beschreiben wollt. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, die Kosten für die zwei neuen Belohnungspanzer steigen. Letztes Jahr hat die Lorraine 50 Tonner 18 Marken gekostet, die Cobra 24 Marken. Die bleiben auch die Kosten. Die zwei neuen Belohnungspanzer, also BZ-58-2 und Kampfpanzer 3 Projekt 07 HK sind deutlich teurer. Ihr seht es, 24 beziehungsweise 27 Marken. Letztes Jahr benötigte man für die zwei neuen Belohnungspanzer 42 Marken. Dieses Jahr sind es 51 Marken, wenn man beide Belohnungspanzer haben möchte. Adam Ries sagt, das ist eine Kostensteigerung um 9 Marken. Und jetzt machen wir den Bogen nochmal zurück zu den Sammlungen. Letztes Jahr hat man über alle drei Seasons hinweg bis zu 63 Marken erspielen können. Dafür war es notwendig, den erweiterten Pass zu kaufen. Dieses Jahr ist es genauso. Wenn man den erweiterten Pass kauft, in allen drei Seasons, bei allen Abschnitten, wird es 63 Marken geben. Es sei denn, Wargaming verändert noch irgendwas an der Season 11 oder der Season 12, was wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen. Plus die Sammlungen, die sie jetzt neu einführen, die in jeder Season, wenn das so bleibt, drei Marken liefern. Drei Seasons übers Jahr hinweg. Drei mal drei sind neun. Huch, eine Steigerung von Kosten von neun Marken für die neuen Belohnungspanzer. Na mein Gott, was für ein Zufall ist denn das Wargaming? Ich meine, ist ja okay. Man schafft auch ohne die Sammlungen mit dem erweiterten Pass sich die Panzer zu erspielen. Und ich habe ja gerade gesagt, vermutlich muss man, um die Sammlungen voll zu machen, auch die Abschnitte alle spielen. Also vollständig abschließen. Von daher erübrigt sich die Kritik insofern, dass wenn ich alle 63 Marken mir erspielt habe, habe ich den erweiterten Pass jedes Mal gekauft. Und ich habe ihn auch jedes Mal die Saison komplett abgeschlossen. Von daher sind diese neuen Belohnungsmarken im Grunde Beiwerk. Wenn man aber jetzt mal davon ausgeht, dass man den erweiterten Pass nicht kauft, beziehungsweise nicht immer kauft, dann kommt halt diese Preissteigerung der Marken für die zwei Belohnungspanzer schon irgendwie ins Gewicht. Weil dann schafft man es halt nicht. Oder es ist halt deutlich schwerer, sich alle beide Belohnungspanzer zu erspielen. Schauen wir uns das von der Rechnung mal von der anderen Seite an. Um klar zu machen, inwieweit Wargaming hier die Monetarisierung beim Battle Pass vorantreibt. Das könnte jetzt für den einen oder anderen zu viel Gequatsche werden. Ihr könnt gerne weiterspulen, aber für alle anderen, die es interessiert, bleibt einfach mal dran. Es ist echt spannend zu sehen, wie Wargaming allein durch die Markenpreiserhöhung der neuen Panzer hier die Monetarisierung vorantreibt. 2022 war es so, dass man Free-to-Play ohne den erweiterten Battle Pass zu kaufen, 36 Marken sich erspielen konnte. Das gab eine Differenz von 6 Marken, um sich beide Belohnungspanzer in die Garage zu holen. Das heißt, man musste zweimal den erweiterten Abschnitt sich kaufen, um insgesamt 6 zusätzliche Marken zu bekommen. Das heißt, man musste 5000 Gold investieren. Außerdem ist es auch so, das ist letztes Jahr so und dieses Jahr auch schon so, oder noch so, dass man die Abschnitte nicht komplett zu Ende spielen muss, um alle Marken aus diesem Abschnitt rauszubekommen. Das ist extrem wichtig. Ich glaube, bei Stufe 45 hat man dann schon alle Marken, oder vielleicht sogar schon bei Stufe 40, ich weiß es gerade nicht genau. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Man muss nicht die Abschnitte komplett bis auf Stufe 50 bringen, um alle Marken daraus zu bekommen. Dieses Jahr ist das genauso. Wenn man davon ausgeht, dass Wargaming das gleich behält, dann kann man über das ganze Jahr, über drei Seasons hinweg, Free-to-Play ohne Geld auszugeben, bis zu 36 Marken sich erspielen. Es bedeutet aber dieses Jahr eine Differenz von 15 Marken, die man benötigt noch, um sich beide Belohnungspanzer zu kaufen. Das heißt, wenn wir das Thema der Sammlungen mal außen vor lassen, müssen wir fünfmal den erweiterten Pass kaufen, um jeweils pro Abschnitt drei zusätzliche Marken zu erhalten. Drei mal fünf sind 15. Das bedeutet Goldkosten von 12.500 Gold. Und ja, ich sehe die Ausrufezeichen bei euch. Man kann ja auch den erweiterten Battle Pass für Geld im Premium-Shop kaufen. Und ich glaube, man bekommt sogar dann auch wieder irgendwie Gold zurück, wenn ich mich richtig erinnere. Das relativiert das Ganze natürlich ein bisschen. Aber den erweiterten, kompletten erweiterten Season Pass zu kaufen, ist immer noch teurer als 5.000 Gold. Man muss mehr investieren. Da kommt man am Ende nicht drum rum. Das Geld muss man ausgeben. Ja, das ist dann trotzdem weg. Wenn man jetzt mit den Sammlungen herangeht, und ich gehe jetzt mal davon aus, ohne dass wir es jetzt zum Zeitpunkt jetzt genau wissen, aber ich gehe davon aus, dass man, um die Sammlungen abzuschließen, also um diese zusätzliche Marke zu erhalten, muss man auch diesen Abschnitt komplett zu Ende spielen. Aber dann hat man, wenn man den erweiterten Pass gekauft hat, die Möglichkeit auf 4 Marken. So, das heißt, man muss nur noch 4 Mal den erweiterten Pass kaufen. Das heißt, man gibt einmal Geld aus, um die komplette Season zu kaufen. Und dann nochmal Gold, um nur einen einzelnen Abschnitt zu kaufen. Und, wichtig dabei auch, 4 mal 4 ist 16, den letzten Abschnitt, da kann man tatsächlich auf die Bonusmarke aus der Sammlung scheißen. Da kann man dann, ja, sich nur die drei Marken erspielen, um dann am Ende auf die nötigen Marken zu bekommen, um beide Belohnungspanzer zu erhalten. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, man kauft die Abschnitte einzeln für Gold, dann wären das 4 mal 2.500 Gold, es wären 10.000 Gold. Wie man es dreht und wendet, diese Preissteigerung bei den Marken bewirkt am Ende, dass man öfter gezwungen ist oder mehr gezwungen ist, das ist Gold und am Ende damit auch Euros ins Spiel zu investieren, wenn man beide Belohnungsfahrzeuge haben möchte. Das gibt Wargaming jetzt nicht so transparent in seinem Artikel wieder, deswegen zeige ich euch das hier mal im Video. Werfen wir jetzt am Ende noch einen Blick auf diese beiden neuen Belohnungsfahrzeuge. Fangen wir an mit dem BZ-58-2, ein chinesischer Heavy auf Tier 9. Ihr seht rechts die Daten, so wie er damals in den Super-Test gegangen ist, die sind mittlerweile nicht mehr aktuell. Und ihr seht links die Daten, die uns Wargaming hier, die vorläufigen Daten präsentiert, wie er jetzt im Battle Pass angekündigt wurde. Es gibt hier ein paar kleine Differenzen. Das betrifft primär die Lebenspunkte, die jetzt mit 1.900 angegeben sind. Damals ist er mit 2.000 Hitpoints in den Super-Test gegangen. Der Top-Speed war damals mit 30 vorwärts und 17 rückwärts angegeben. Jetzt kommt er auf 35 vorwärts und 15 rückwärts. Zum Leistungsgewicht gibt Wargaming hier aktuell keine Informationen an, aber wir können ja einfach mal auf Tanks GG schauen. Da wird er mit einem Leistungsgewicht von 13 PS pro Tonne aktuell angegeben. Und damals war das identisch. Also da bleibt er auf dem gleichen Wert. Die Kanone 0,37 Genauigkeit bei 3 Sekunden Einzielzeit. Die Einzielzeit, wir gucken kurz, ist auch in der aktuellen Version, wie er auf Tanks GG gelistet ist, auch bei 3 Sekunden. Ein 250 Durchschlag auf AP, das ist Standard, 303 auf APCR. Auch das ist so geblieben. Wir gucken mal kurz drauf, ob er die APCR auch behalten hat. Ja, die hat er auch behalten. 520 der Alpha, das ist schon ziemlich, ziemlich nett. 17,2 Sekunden war die Nachleitzeit damals. Jetzt ist sie bei 14,5. Das heißt, die DPM ist deutlich nach oben gegangen. Es sind auch die Base Values. Also er hat deutlich mehr DPM bekommen. Es ist am Ende ein ziemlich fetter Heavy mit 8 Grad Gun Depression. Wir gucken mal kurz aufs Panzerungsmodell. Ja, die Oberwanne aufgrund des Winkels ist ein guter Bounce Winkel. Die Unterwanne mit seinen 75 Millimetern ist der Weak Spot. Der Turm, ihr seht das in der aktuellen Version extrem hart. Er hat Kommandantenkuppeln. Aber ihr seht schon, mit 166 beziehungsweise 175 Millimetern ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Weak Spot. Die Seitenpanzerung 70 Millimeter, also groß winkeln müsste man oder sollte man vorsichtig sein, weil man dann ganz oft direkt auch schon überwinkelt. Ja gut, an dem Heck sind es 50 Millimeter. Wir gucken mal oben drauf. 50, 50, 30 an der Motorabdeckung, 70 Millimeter die Oberwanne. Das heißt, die Oberwanne ist eigentlich nur gut, wenn der Winkel stimmt. Wenn man leicht über ihm steht, dann seht ihr es schon, kann man ihm auch relativ einfach durch die Oberwanne schießen. Das zweite Fahrzeug und vermutlich das viel, viel spannendere und interessante Fahrzeug ist der Kampfpanzer 3 Projekt 07 HK. Hier rechts sehen wir auch wieder die damaligen Werte, wie er in den Supertest gegangen ist. Da hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Das Fahrzeug hat zwei verschiedene Modi. Wir kennen das vom Kunze-Panzer. Er hat also einen Fahr- und einen Kampfmodus. Und in diesen beiden Modi verändert sich einerseits natürlich der Topspeed, aber auch die Genauigkeit der Kanone und auch die Nachladezeit. Das heißt, man hat zwar vielleicht eine deutlich genauere Kanone, die Nachladezeit geht aber nach oben. Die Werte, die ihr hier seht, die stimmen nicht mehr ganz im Detail. Deswegen werfen wir auch hier mal einen Blick auf die aktuellen Werte, wie er auf Tanks GG gelistet ist. Wir haben hier eine Kanone mit 268 Durchschlag auf Standard-A-PCR. Premium ist eine Heat mit 320. Damit sind wir sehr, sehr gut bewaffnet. 360 der Alpha und eine Kanone, die im Fahrmodus auf 0,36 kommt, laut Tanks GG. Wargaming gibt es hier mit 0,35 an. Das ist immer die Frage, nehmen sie wirklich die Base-Values, die sie uns hier präsentieren, oder sind das dann schon die Werte mit einer 100%-Besatzung? Das ist nicht ganz klar. Da muss man also ein bisschen vorsichtig sein. Es kann einfach sein, dass die 0,36 wirklich der reale Stockwert ist. Aber damit ist die Kanone einigermaßen spielbar. Das Problem ist die Einzielzeit. Die wird hier noch mit 2,7 Sekunden angegeben. Wargaming gibt die hier mit 2,5 Sekunden an. Also vermutlich ist es nicht nur ein Unterschied zwischen den Stockwerten, sondern wirklich auch nochmal ein Buff, den das Fahrzeug vielleicht erhält. Aber interessant wird die Kanone auf jeden Fall ähnlich wie auch bei den schwedischen TDs in diesem Kampfmodus. 0,25 die Genauigkeit und 1,5 Sekunden die Einzielzeit. Wir wechseln mal hier rüber. Wir sehen aber dabei gehen die Soft-Stats extremst nach oben und auch die DPM sinkt. Er hat dann also nur noch eine Nachladezeit von 9,5 Sekunden. Vorher waren das 6,8. Zusätzlich hat er auch diesen Siege-Modus, also diese Hydraulik. Er kriegt die Wanne dann bis zu 12 Grad. Also hat eine Gun-Depression von bis zu 12 Grad in diesem Kampfmodus. Ohne diesen Kampfmodus sind es nur 3 Grad. Und der Top-Speed verändert sich auch von vorher 60 vorwärts und 25 rückwärts. Sind es dann nur noch 20 vorwärts und 18 rückwärts. Der Tarnwert sieht hier recht gut aus. Wo er halt ein bisschen schwach ist, ist die Sichtweite von 350 Metern. Und auch die Hitpoints mit 1450 sind nicht wirklich überragend. Aber durch dieses zwei Modis ist es wirklich ein interessantes Fahrzeug. Im Grunde also ein Stritzwagen-Jagdpanzer im deutschen Tag-Tree oder als deutsches Belohnungsfahrzeug. Das soll der erste Eindruck vom Battle Pass für 2023 sein. Für die Season 10, die jetzt ab 1. März losgeht. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Infos vermitteln. Gerade was auch die Kosten für die Marken angeht. Aber auch zu den beiden neuen Fahrzeugen. Wenn es dann mehr Content zu den neuen Fahrzeugen gibt, dann seht ihr den natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Entweder in Videos und oder auch in meinen Livestreams auf Twitch. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne weiter. Das hilft mir und meinem Kanal wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Und mein Dank geht auch noch raus an meine kleinen und großen Kanale-Unterstützer. Namentlich genannt Game1, Fan Kulle, Gorwin, Kurtano, Carbein und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Euer Oher